Hier ist noch eine Frage, meinst du, der hat ja alle Lieder ineinander gemixt oder nacheinander abgespielt? Und das kommt immer auf das Lied und auf den Moment darauf an. Du musst, erst musst du nicht alles mixt, manches mixt man auch nicht, aber so wie ich das bisher gesehen habe, ist vieles gemixt worden. Guck mal hier, diese ganzen Kombis, also wenn wir hier oben nochmal so mit reingucken, guck dir mal die BBM da hinten an. Die kannst du alle bis hierhin mixen, danach kommt ein Break, die könntest du zum Beispiel auch nehmen und dann geht's hier weiter. Guck mal. Und so wie ich die Songs kenne, gerade hier House, also die House Music, Cha-Cha Slide, Fantasy Girl, Euro Dance, also ich würde einfach mal sagen, zu 80 Prozent ist alles gemixt worden. Definitiv. Und ich behaupte jetzt einfach mal, der DJ, der das gemacht hat, der ist Pro, der ist ein richtiger Pro, der ist ein Profi, der weiß genau, wann er was mixt. Und dann testet sich die Augen dann vorne, covert euch so weit weg. Nein, nicht mehr so weit. Best ist das also.